Hallo Gamer Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren, jetzt jedoch etwas kürzeren Runde zum Abend hin, bevor wir dann später und abends wieder in die Horrorgeschichte reintauchen. Wir haben hier vor kurzer Zeit Schluss gemacht und machen da weiter. Oh mein Gott! Hey, Moment mal kurz, was lese ich denn hier gerade? Genau, das habe ich noch gelesen im Chat. 1, 2, 3, 4, sehr gut. Gubbel, 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 89, verstärkte Gaming Lounge mit zwei Zuschauern. Hey, super, danke dir vielmals. Das muss aber offline noch passiert sein, oder? Vielen, vielen Dank für die Verstärkung. Sehr cool, danke dir. Muss ich jetzt erstmal sortieren. Hm, interessant. Oh Gott. Mal kurz hier wieder sehen. Yeah. Okay, wir sind wieder drin. Halleluja. Das hat jetzt gar nicht so funktioniert. Das ist immer irgendwie, hm. Hm, so. Okay, wir müssen hier mal schauen. Im Pampe. So, warte mal. Ja, ja. Das hier, oder? Nee, das ist jetzt nochmal neu, die Info. Ähm. Ach so, hier. Das war in dem anderen Reiter. Höh. Naja. So. Ja, das war ja ein Host. Na eben. Jetzt, äh, jetzt wird es langsam wieder klarer. Ich muss mehr Kaffee trinken. Ähm. Gubbel, Gubbel, 89. Nochmal danke für die Verstärkung. Ja. Für. Hosten. Ach, schade, das muss zum, zum, zum Offline-Schalter gewesen sein. Hätte ich gern natürlich live erlebt. Ähm, aber vielleicht klappt es ja, äh, dann zur Abendrunde. Nochmal danke dir auf jeden Fall, falls du das nochmal später dann auf der Tube hörst. Nachdem ich das dann mal, äh, gemacht habe. Haha. Dankeschön. So, ich bin hier unten, ähm, ich habe ja gesagt, ich werde hier, ähm, ach so, also, hör doch mal auf. Ähm, wir können jetzt hier hochgehen, hier rüber. Ja, wir müssen sowieso jetzt hier rüber. Ja, dann mal kurz hier. Pressen. Binde den Weg. Ja, so kurze, knackige Streams haben ja auch irgendwas. Oh, ich kann gar nicht tun, sowas. Ach, hier war bloß was zum Einsatz. So, unter Wasser können wir die Fähigkeit gar nicht nutzen, Freunde und Freundinnen. All right. 2.853, also was wir da, uns da alles nicht behaupten können. Ich werde mal das nochmal kurz schließen und öffnen. Da habe ich ein bisschen... Erwührend. Und das glaube ich nicht, so lange alleine. So, okay. Wir schwimmen jetzt wieder. Ori ist bald rückgekommen. Das kann man alles mitnehmen. Zack. Kein Kiranier der Welt. Kann uns jetzt noch was anhaben. Also, ich will das immer einsammeln. Das ist aber das super Ehrlicht. Ich auf die Stacheln zurück. Oh. Ach, im Wasser geht der im Großen auch nicht. Hat er sich selber zerschossen. Okay. Ah, wir sind jetzt hier oben. Kommt, ich bin ganz, ganz falsch. Wir müssen weiter nach rechts. Und die Stacheln machen wir nicht raus. Okay, okay. Können. Okay, okay. Wir können doch... Ja, wir müssen. Wir müssen noch ein gutes Stück voran. Ganz viel Technologie. Irgendwie bin ich ein bisschen schärf, oder? Was findet das? Welcher Weg ist das? Warte mal. Wie, um alles in der Welt... Hä? Was, 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 was? Ja, wie soll ich denn da hinfahren? Moment mal. Irgendwas stimmt ja gar nicht. Erstmal aufladen. Immer. Ey, wer ballert das ganze Zeug? Oh. 2.915. Warte, haben wir die 3.000. Oh. Und jetzt das Licht ein bisschen im Kopf. Oh. 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 Ich wollte gerade sagen, ich muss das doch zerstören. Immer wenn diese Holzseite hier ist, man sieht es ja, wie es gestützt ist, dann kann man das machen. Jawoll. Weiter. Neues Speed. Oh. Oh oh. Torpedo. Ganz gut aus, oder? Hm. Hm. Naja. Fast. Statt des Eises. Heißfeuer, Wind? Und nur nicht Erde. Oh. Was? Oh. 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 Oh, ich war schon an so vielen Stellen. Ja. Ist aus. Oh, wow, wow. Hier oben ist er. Was ist das für eine? Oh, die Musik. Sehr, sehr schön. 3.667. Ich kann das schon mal reinkaufen. Hauptsache, wir gehen. Hat das noch hier unten oder was? Nee, der ist auch noch einfach. Geisterlich, wie soll ich denn da hinkommen? Jawoll, Nummer 11. Was sind ein Stück? Geh rein! Oh, war das knapp. Okay, das hat also so diesen Plan. Ich habe beide gehalten. Wo ist der Angriff so stark, dass ich es wieder raus ziehe? Oh, warte mal, das kann ich vielleicht mal... Ja, ja, warte mal. Ja! Ja! Uh! Das ist gut. Ich glaube, so schnell können wir die Sachen noch nie... noch nie einsammeln. Okay. Ja. Ja. Uh. Um... Woaat? Dämonisch. Oh, was ist hier? Na ja, gut, noch 60 Minuten. Ja, gut, noch 60 Minuten. Das ist aber Energie, oder? Werden wir gleich sehen, ob wir... Ja, Moment. Was? Ich kann wirklich nicht... Bist du nicht? Ich bin nicht gestorben. Ey, Tag Teufel! Wow, dich jetzt schon an sich treffen. Welch Freude! Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Keine Sorge. Der Horror kommt heute noch. Wie geht's? Hast du schön gebastelt? Hast du schon gelesen? Hm. Muss ich wohl doch mal runter, was? Naja. Ja. Muss, muss, ja. Mein Schatz würde eigentlich Hannah Montana schauen. Aber ich habe einfach den Stream drauf gemacht. Hehehehe. Ehrenmann. Yeah! Nur ein echter Samurai versteht die Ehre. Genau. Also bei Uri bist du viel leiser als das Game. Ich habe nichts verstellt. Ich habe nichts verstellt. Vielleicht hier nochmal ein bisschen die Ausrichtung. So, ist das irgendwie besser? Oh, shit! Achso, und das waren bisher vier Tage der Achterbahn. Uiuiui. Ja. War ganz gut durchzufahren. Ich dachte... Da gab es jetzt so eine Stelle, wo man so nach oben sieht. Ich dachte, was? Das hat er alles gebaut? Oh mein Gott. Wirklich toll. Dahin muss ich. Ja, ich habe jetzt... Stimmt, ich habe es ja geöffnet, nicht wahr? Ach komm, jetzt mach doch nicht so einen. Scheiß. Ja! Eins oder zwei? Ähm, ah. Okay. Naja. Kein Problem. Haben wir das jetzt? Gute Sache. Im Pausenmenü ist das Game leiser als du. Aber im aktuellen Gameplay ist das Spiel lauter gewesen eben. Ja, ja. Das stimmt. Das ist sehr, sehr schwankend im Ton. Also hier in diesem Kartenmenü. Im Spiel selber. In den Flucht-Missionen. Ähm. Bei dem Boss-Kämpfen. Ja, ja. Ich habe nichts verändert. Das ist wirklich das Spiel. Jetzt muss ich schon was tun. Ne. Okay. Alles erledigt. Ja. Wieder runter. Ganz schön. Okay. Du bist aber neu, oder? Boah! Nein! Muss ich das jetzt nochmal einsammeln? Boah! Ich dachte schon. Das wäre jetzt mega mies gewesen. Ja, komm nochmal. Ich blick jetzt jetzt nur eine ab. Eben hat es gut gepasst. Okay. Ja, das schwankt. Also das kann ich so gar nicht so beeinflussen. Hier. So. Wir konzentrieren uns aber natürlich erstmal auf. Okay. Hier oben haben wir noch eins. Und wenn wir das dann haben. Dann sind die hier dran. Und dann die hier. Also ob wir. Also das ist ein sehr. Wegen dem ganzen Eis. Ist das jetzt eigentlich durch? Ich glaube ich habe 3-4 mal das Feuer angemacht. Reicht wahrscheinlich nicht. Na gut. Wir müssen. Oh Gott. Wie weit muss ich denn hier rüber? Achso. Ich muss erstmal hier hin. Genau. Ähm. Was? Was ist das für eine Strecke? Wo ist denn hier der? Der Speicher? Oh, was ist das hier unten? Was? Hier war keiner? So. Warte mal. Hier ist einer. Ah. Ich starte mal von hier. Klar. Manchmal liegt das ganz schön an den anderen. Hast du schon Abendbrot gegessen? So. Kann ich mal danach nochmal drücken. Weil sonst. Das ist nicht gemacht. So. Wir sind hier in der. der Bücher rein. Das ist natürlich die Frage. Wenn ich jetzt hier reingehe. Komme ich denn? Dann. Wenn es sehen. Aus. So. Ja. Vor manchen Probleme. Ja. Geh mal hier raus. Okay. Ah. Hörst du mit Kopfhörer? Natürlich. Natürlich. Gut. Schaff nicht zu. Wir werden dann wieder woanders hin. geschossen. Ich werde jetzt einfach mal hier in. Zack. Hier war der. Hörst du mit? Ich werde jetzt einfach mal hier in die. Hier war der. Hörst. Tatsache. 3.100 Okay, das heißt, wir werden dann wahrscheinlich kommen ja hier oben raus dann werde ich erstmal hier runter springen und dann hier und dann hier und dann werden wir sehen wie wir hier rauskommen Ja Na? Das ist aber sehr flexibel Gut, ich gehe raus So, wo ist das jetzt? Das ist ein, ich gehe mal schauen Okay Wir gehen rein Okay Da ist was Grünes Ah, perfekt Moki, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht Direkt in den Mund Haha, man Da ist halt gesessen, was? Warte mal, kann ich da lang oder da? Nur so herum Lass mich doch Lass mich doch Ich stehe hier rein Was ist los? Moment, hier kann ich aber nicht weiter Finden wir den Weg Ja, wir müssen Das kann ich hier an dieser einen Nische Ich glaube, das war das, wo ich die Fähigkeit noch nicht hatte Ist das hier oben? Ne, das sind diese Viecher Das kann ich sein Kann ich das hier nochmal drehen? Oh, ich bin sehr nah dran Aber Ich kann das gar nicht mehr drehen Na super Das war doch immer der Schalter Hm Hm War denn das Gegenstück? Super Fällt mir ein, ich werde mal kurz die Fähigkeit tauschen Vielleicht hilft die mir jetzt Und ich kann mal kurz sehen Ich nehme das mal kurz raus Und nehme mal diese Fähigkeit Für Geheime Wände werden halb durchsicht Da hinten ist doch was Das ist es doch Da hinten Doch, ich komme Aha Yes Wieder neue Fähigkeit Sehr cool Haben wir zwölf Stück Super Achso, erstmal zeigen lassen Boah, lecker ernst Schön Ja, coole Sache Ja, ähm Ja, dann kann man das wieder wegwerfen Wegwerfen So Euch geht es soweit ganz gut, ja? Das hoffe ich doch So, jetzt haben wir das sogar hier Man, das ist echt gut So, erst bestimmt in einem wichtigen Gespräch Einfach stumm geschalten So was Ja, und so was ist hier auch Okay, eins, zwei, drei, vier Ob wir die Reihenfolge abgehen können Wird es sich zeigen Warum Oh, warte mal Ah, ja, ja Wir starten hier Viel, viel besser So Okay Tom Clancy's Ist endlich durchgeladen Das ist ja der Wahnsinn Ähm Wow Aber bitteschön So, jetzt müssen wir auf die Karte nochmal schauen Wie man müssen Links haben wir glaube ich mehr Nicht wahr Okay, okay, okay Ähm We are here And Okay, wir versuchen den zu schnappen Dann hier durchzubrechen Zum Bären Und dann hier rüber Dann können wir uns wieder hier hinter teleportieren Und müssen dann hier hoch Und hier wieder zurück Komm, wir müssen mal probieren Das ist ja ein wunderschönes Spiel Oh, was war das? Achtung Wir müssen aufpassen Oh Gott Performance 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 Ah, Moment Komm, kurz ruhig Jawohl Yes Okay Okay Hm Das ist seriös. Gut, dann haben wir das eine schon. Wir finden jetzt noch den anderen Weg. Was ist hier? Warum ist das so komisch? Na gut. So, Moment. Dankeschön. Okay, alles klar. So, wir schauen mal auf die Karte. So, jetzt müssen wir wieder runter. Vielleicht können wir ja den Durchbruch nehmen. Denn dann werden wir den Pfad finden. Okay, einfach gerade runter. Hey. Ja. Mhm, mhm, mhm. No. Warte kurz. Mit. 3211. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Mann, Ori. Du sollst loslassen. Äh. Ah, okay. Nein, wir müssen aber hier lang. Okay, das gibt's gar nicht mehr hier, das Stück. Ähm. Und weiter rüber. So. Okay. Jetzt müssen wir. Äh. Wir müssen wir trotzdem noch weiter rüber. Noch viel, noch viel weiter rüber. Ich bin jetzt an dem Stück. Das ist ja gleich würdig. Oh no. Nicht das. Das habe ich noch nicht gelöst. Okay, das, das weiß ich gar nicht, wie das geht. Wie kann ich das hier lösen? Das Feuer muss hier herkommen. Moment mal, das Feuer. Ach, du Schreck. Ja, warte mal kurz. Warte, warte, warte. Ähm. Klappt das? Mhm. So. Nein. Haha. Yes. Oh mein Gott. Das war der Schlüssel. Halleluja. Yo. Oh mein Gott. Okay, jetzt macht das um dich alles viel mehr Sinn. Ach, erkenntnis ist immer was. Ah, und das hat auch gemeint, wie da Fähigkeiten ich da habe. Komm zu mir. Ah, jetzt macht das alles Sinn. Juhu. Nummer 14. Yeah. You go. So, das heißt, wir brauchen nur noch Ruhe. Oh, das ist so gut. Ach, ich muss die Programme später noch abnehmen, das ist ja wirklich, ja. Da sind ja gar nichts mehr drin. Wow. Zack. Wieder unter Wasser. Ich merke mal, dass ich bald die Psychiatrik gebraucht habe. So, wir haben gut gemacht. So, gleich nochmal. Das ist ein bisschen seltsam. Das fliegt immer nach oben und, naja, ist dann halt weg. Okay, ist er noch was? Pua! Ist das cool. Ja. Sehr schön. Cool. Dann haben wir das, das, das. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Und gehen zu dem oberen. Ja, das müssen wir alles noch mit der Zeit schaffen. Ja, ich liebe die Tornen in dem Spiel. Ich muss alle berühren. Ja. Hast du von uns gar nicht gehört, dass ich gesagt habe, was? Was gerade im Gespräch? Und da hast du mich stumm geschalten. Ach ja. Ja, aber manchmal ist es auch super tricky. Okay. So, dann haben wir das. Bin ich aber froh. Jetzt können wir, ja. Wir müssen doch hier rüber. Nee. Wir müssen aber jetzt hier. Es ist wie, es muss jetzt nicht so ein wenig ausruhen. Ich meine, wir müssen eigentlich hier lang? Ja, natürlich. Ich muss, ich muss hier lang. Hier war ich schon mal. Ich weiß. Oder? Ach ja, das war dieser Durchgang. Ich bin der Geist des Waldes. Wow, 3497. Ja. So, da oben. Da unten. Da oder da? Bin wir jetzt hier überhaupt drüber? Oh, okay. Oh, das ist gut. Jawohl. Ah, schön gemacht. Sehr schön. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und nur das Stück erreichen kann. Weiß wieso das. Okay, das war jetzt zu schnell mit dem Text. Wieso hat es gar nicht angezeigt hier auf der anderen Seite. Mist, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Irgendwas mit Rückzahlung. Das ist irgendwie mehr geworden. Äh, wieso wird es, wenn das nicht angezeigt hier, Flo? Ja, ich mache das dann mal aus. Ich hoffe, dann bei der Horrorrunde läuft es wieder rund. Oh, das muss ich dann mal nachschauen. Äh, aber naja, okay, kann ich probieren. Und dann aufschneiden. Danach nochmal mitgeguckt. Okay, ja, mach das. Pff. Geh'n los. Jetzt bin ich noch Reissteiger holen. Nachzahlungsgrößen ist ja unfassbar. Da ist es. Wuhu. Sechzehn Stück. Wow. Mann, ist das schön. So beautiful. Okay, haben wir das? Okay, hier ist wirklich kein Gorlek-Erz mehr. Schön. Schön, schön, schön. 100 Prozent. Oh, warte mal. Waren das jetzt 100 Prozent? Hier. Windruin, 100 Prozent. Ja, das war, also das war richtig. Ja. Mhm, 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 mhm. Oh, ah, hier habe ich noch einige Sachen. Äh. Ich glaube, Lupo will alles sehen. Warte, hier habe ich das Tempo-Train. Na gut, das habe ich erst gestern entdeckt, ne? Warte. So. Dann können wir... Ja, dann können wir wirklich jetzt hier... Äh, genau, hier können wir jetzt hin und jetzt mal reichern. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das ist ein sehr interessantes Level durch dieses, ähm, durch diese Foilness. Hm. Dann ist noch irgendwas Neues hier drin. Lass mal schauen. Okay, wir haben hier eins und wir haben hier eins. Das geht zu dem hier. Oh, das bedeutet... Also entweder ich komme hier gar nicht hin. Ich muss erst hier rum. Und von dem kann ich hier hoch. Aber wie komme ich denn hier hin? Also entweder ich kann dann hier hoch, dass ich hier hingehen kann. Und hier zurück zu dem. Hm. Interessante. Okay. Versuche jetzt mal bitte was zu schreiben, Tag Teufel. Ähm, der Chat scheint wieder da zu sein. Oh mein Gott. Ähm. Ich kopiere nochmal das gleiche rein. Okay, hat geklappt. Okay, jetzt kann ich nochmal ganz entspannt lesen. 2018 auf 2019. 7 Euro Nachzahlung. 2019 auf 2020. Boah. Was? Wie ist denn das passiert? Aber naja, aktuell kann ich nur beobachten und aufschreiben. Ja, mach das. Beobachten und aufschreiben. Danach nochmal mit Elektriker reden. Was soll denn das? So bedäppert oder was? Huch. Äh. Ach, jetzt sind wir wieder hier unten. Ach, das ist ja interessant. Genau. Und hier sind wir mit das Problem. Äh. Ich sterbe hier immer sofort. Kann man eventuell noch gar nicht hier hingehen. Aber wie komme ich denn sonst hier hin? Ich muss wahrscheinlich genau da rein. Aber dort ist auch das Zeug drin. Ja, das sag ich doch hier. Ach, hier geh ich nicht drauf. Ach so. Ah. Okay. Bleh. Oh mein Gott. Halt dich fest. Halt dich fest. Okay, das ist aber. Ähm. Hori, muss das sein, dass du hier. Oh, wie soll. Okay, ich habe den Stein gesehen. Okay, das ist ja mega fies. Das ist richtig fies. All right, all right. All right, all right. Wo ich bleiben? Okay, jetzt nehme ich keinen Schaden. Ich war doch vor uns da drauf. Habe Schaden genommen. Aber ich beschwärme mich nicht. Ich bin bloß. Bleib doch mal hängen. Ha? Bleib doch hängen. Hey. Okay. Langsam gleiten, gleiten, gleiten. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, es ist machbar. Einige direkt. Also, keine direkt eigentlich. Aber. Es ist machbar. So, das muss reichen. Okay, jetzt kommen auch wieder die anderen Sachen im Chat. Na gut. Aber, wie gesagt, das muss ich beim nächsten Mal nochmal erholen. So, dann haben wir das. Sehr, sehr cool. Und dann aber hier rüber. Ja gut, hier ist jetzt das Zeug. Dieses Rankenherz. Das werden wir bestimmt nochmal treffen. Weil, wie wir es ja hier sehen, wir haben ganz viel davon. Ähm. Jetzt habe ich das. Ich muss ja dann. Äh. Was? Ich muss hier rüber. Hier ist nochmal Lebenszelle. Und dann kann ich. Von hier zu hier. Nach hier zu hier. Na gut. Dann werde ich das erstmal speichern, damit ich das nicht nochmal machen muss. Dann gehen wir wieder runter. Und dann schauen wir mal, ob wir da hankommen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das schade. Ich auch nicht. Ähm. Aber dann hätte man das schon mal sicher. Und das ist sehr, sehr cool. Schon mal schön. Ja, das ist schon was fürs Auge. Ori and the Will of the Wisps. Pss, pss, pss. Ja. Okay. Speicher das Spiel. Binde den Pfad. Hm, hm. Na, du lädst dich ja auch kaputt, was? Fritz. Okay. Hm, hm. So. Ähm. Warte mal. Hm. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss ja wieder hier runterfliegen. Wow, wow, wow. Oh, die Ecke war auch mega schwer. So, jetzt sind wir hier unten. Vorsicht. Explosion. Okay, wir müssen. Müssen wir das machen. Wow, 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 wow. Ach, da ist ja alles voll. Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Okay. Ruhig bleiben. Ja, ruhig bleiben. Okay, wir müssen wahrscheinlich rum. Wie ist die Karte zeigt? Genau. Oh, wir müssen bis hier hinkommen. Halleluja. Und dann von unten kommen wir direkt zum ersten Mal an so ein Rankenherz. Oh, bin ich ja mal gespannt. Oh Gott, was ist denn da los? Ach. Oh Gott, Laser. Hö! Okay, wir kommen dort gar nicht hin. Da ist aber ein Strudel. Das bedeutet, ich muss hier hoch und dann komme ich hier raus. Oh. 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 Vorsicht. Man sieht also, das Spiel ist anders als andere. Okay, was ist denn hier eigentlich? Okay, da kann ich ran springen. Oh, wo soll ich da hinkommen? Oh, wo soll ich da hin? Voll lustig. Ja. 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 Ich bin in der Fahrt. Okay. Du bleibst dran. Okay, coole Sache. Warte mal, wie waren das eigentlich? Ah, war ja klar. Nein. Nein! Scheiße. Okay. Lass mich durch, verdammt. Ah, verdammt. Ja, ich bin direkt reingeschlupft. Das war nicht zu gut. Oh, und dann... Das ist immer von vorne anfangen. Immer. Bis hierhin kommt man ja ganz gut. Da, da, da. Okay. Ja, man weiß in manchen Momenten gar nicht so, wie man drücken muss, weil es... Man hat so viele Fähigkeiten und Kombis. Also... Ja. Okay, das war zu gut. Hey! Na, ich hab doch gedrückt. Ach, komm! Oh, okay, okay. Okay. Moment, ich muss mal... Ich muss mal auf die Karte gucken. Oh, wir werden ja noch zum Ende gedreht. Ach du Scheiße. Okay, hier können wir uns noch ein bisschen festhalten. Natürlich. Oh, bist du im Leben? Ah, Gott sei Dank. Aufladen. Ich hab's schon. So, warte mal. Mhm, mhm. Ich muss da dran, weil ich sonst noch... ... noch Spur noch fahren. Okay, warte mal. Komm, 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 komm. Ja, wir gehen einfach mal wieder dran. Das war Ori. Ja, ja, natürlich. Nein! Na! Nein! Oh! Oh, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt echt gut. Mann. Okay, was ist das jetzt hier? Hallo? Oh! Oh! Ah, okay, alles klar. Ja! Schön. Es ist manchmal sehr heikel. Oh! Das ist... Okay, das ist nichts Gutes. Hm. Lecker. So, hier ist ein Strudel nach oben. Ja. Ja, den haben wir gebraucht. Jawoll. Ja! Vollständig. Das Max-Leben erhöht. Ja, schön, Ori. Sehr schön. Oh. Gute Sache. Sehr, sehr cool. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay. Oder habe ich das richtig gesehen? Ja. Von dem zu dem. Hm. Interessant. Okay. Hm. Ähm. Hm. Jetzt haben wir das, das und das. Das ist aber immer noch die Frage. Moment, wir müssen irgendwie hier hinkommen. Dass ich hier rüber komme. Und hier. Genau, das ist ja... Genau, das ist ja hier gerade kaputt gegangen. Damit wir hier drauf gehen können. Gut, ich gehe wieder zu dem Ausgangspunkt. Wir speichern das Ganze, damit das sicher ist. Und dann... Schauen wir noch mal, wie wir da irgendwie rankommen. Und dann... Schauen wir noch mal, wie wir da irgendwie rankommen. Gut, dann können wir dann später noch was auf die Grube hochladen. Das von heute und das von jetzt heute. So, nur zur Sicherheit. Ähm, okay. Hier. Hier hoch. Hm. Ich kann nicht. Das kann ich zweimal machen, oder? Okay. Hier sehen wir wieder, dass links der Holzbalk ist. Und... Der muss zerstört werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Runde geben. Okay, genau. Das heißt, wenn wir irgendwie von hier kommen... Ähm, wir können... Oh, das ist natürlich... Wie soll man das machen? Also, wenn ich hier hinkomme und das löst das Finale aus, dann ist es eben so. Aber ich glaube, ich kann hier vorbei. Ja. Sollte schon sein. Jetzt kann ich hier nicht leben. Das soll nicht beschließen. Oh mein Gott. Äh! Hey! Lass mich mal durch! Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Äh! Äh! Drei tausend. Drei tausend. Okay. Jetzt machen aber nur die roten Typen so. Nervig. Äh! 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 Oh mein Gott! Doch nochmal kurz Handy neu starten. Bis gleich. Ja, mach das. Bei der Abendrunde auch nochmal alles neu starten. Ähm. So. Okay. Hier lang da. Aha. 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 Komm. Ja. Warum? Drück ich die falschen Tasten oder was? Was? Moment. Kann ich mich noch kurz hinstellen und heilen? Okay, das ist ganz schön. nice oh no 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 are you kidding me Oh, jetzt mache ich dich kaputt. Wage es nicht. Mann. Uri, muss es sein? Hey. Goddammit. So, okay. Oh Gott, in über einer Stunde nur 10% geladen. Öl, was? Was ist denn da wieder kaputt? Okay, hier können wir hoch. Hier wollen wir aber nicht hin. Wir müssen also nach links. Ah, hier ist schon wieder so ein Leuchting. Okay, okay. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Der Verfall trotzt uns, Uri. Der Weg zur Geisterheit ist uns versperrt. Verdummene Herzen wurden deiner Karte hinzugefügt. Was, noch mehr? Wie kann ich... Kann ich ihm sieben? Okay, da braucht man auf jeden Fall irgendein Special Event. Ist der Akku, das Handy kalt? Ansonsten kann es auch eine Software-Fehl-Anzeige sein. Ne, ja. Wieso noch mehr? Die habe ich doch schon alle... Die habe ich doch schon alle gesehen, oder? Oder kommen jetzt hier unten welche? Ah, hello. Ah, sieht nicht so aus. Hm, okay. Äh. Hm, interessant. Wie komme ich jetzt hier lang? Müssen wir mal kurz schauen. Wir müssen... Wir müssen ja bis hier hin. Hä? Ah! Was zum... Boah! Ja, ich wollte gerade sagen, es müsste hier irgendwas sein, das Ding. Ah! Ach so! Weg, weg, weg! Ah, okay. Das ist natürlich cool gemacht. Okay, da können wir nicht lang. Ja, okay. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Es pulsiert. Es pulsiert. Oh mein Gott. Wann machen. Ich hoffe, hier ist ein Speicherpunkt. Bitte lass hier ein Speicherpunkt sein. Hä? Hahaha. Wow, das sieht richtig heftig aus. Nein, ich springe, du Nuss! Oh Gott. Zeig es ihre Freunde an. Schau mir da, wie auf der Seite. Oh, wie lass das. Waaah, da ist er schon wieder. Das ist aber... So, jetzt sind wir nämlich genau an der Stelle, wo ich gesagt habe, das kann man nur von der Seite aufbrechen, wenn der Holzbalken auf unserer direkten Seite ist. Das war eine wunderbare Abkürzung. Okay. Genau, das ist nämlich hier durch und dann hier zum Speicherpunkt. Gut, wenn ich das richtig sehe, können wir von hier, hier hinkommen. Und dann müssen wir hier rüber, um hier hin zu kommen, um hier wieder runter zu kommen und hier rüber zu kommen. Also ganz viele Rüber-Dinger. So, aber sieht sehr cool aus, sieht ein bisschen aus wie Pudding, was? Da bin ich wieder, mal sehen, wie er dann gleich lädt. Ja, alles klar. Wow. Äh, oh. Moment, ich muss nach ganz links, oder was? Mal hier unten. Oh. Oh. Huh. Springt doch nicht wieder da. Ah, da ist gleich und eins. Dazu? Ja. Nicht so dahin gehen, sonst fliegen wir wieder zurück. Boah, 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 boah. Oh, boah, 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 halt ich bloß fest. Okay. Oh, 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 oh. Boah, no, no, no. Ach du Scheiße. Oh, Uri, nein! Oh, Uri, nein! Spring, spring. Oh Gott, hier stirbst du ja, Höllenqualen. Ich bin auf den Stein gesprungen. Wieso verliere ich da Leben? Was sind das für ein Unsinn? Mann, unterbricht doch nicht immer mein... Oh, das geht aus Schwein. Ja. Das ist ja verdient. Ja. Jetzt, wo die Elektro-Läden zu haben, fängt es an zu spinnen. Ah, super. Ah, super. Ah, okay, okay. Hey, bruh. Oh, du bist... Mann, ey. Was zum Geier. Aber wo bin ich jetzt? Wo? Hä? Hier. Was ist das? Was ist das? Wow, wow, wow. Ach, komm. Was ist das? Hier nimmst du doch überall Schaden. Alter Schwede. Sind ich den hier ernst? Was ist das für ein Käse? Warte mal. Da oben ist ja nur möglich. Genau. Ich bin da überall getötet. Warte mal. Was für ein Rhythmus muss ich hier einhalten? Holy cow, ey. Halt dich fest. Yeah. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Bleib so, bleib so, bleib so. Alright. Okay, okay, okay. Good, good, good. Wow, das ist ja hier mega heftig. Oh Gott, was ist das für ein Rhythmus wieder hier? Nein, nein, nein. Oh Gott, was ist das? Halt dich festhalten. Halt dich fest. Wie soll das? Ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ja, ja, bleib dort. Was gibt's denn hier? Was ist das für ein Käse? Okay, warte mal. Das Ding dreht sich. Ich kann, aber ich kann mich doch nirgendwo festhalten. Oder, Moment mal, ich muss mitlaufen, oder? Kann das sein? Ja, ich muss mitlaufen. Ha, ha, ha. Oder so eh nicht. Nein. Oh. Die Drecksentwickler, ey. Halt dich fest. Magie. Okay. Oh Mann, du kommst kurz dran. Du bist sofort vernichtet. Mann, ey. Ja. Ja, für Gegner und Schaden zu. Aber schütz dich nicht. Okay, alles klar. Mist. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das ist zu krass. Und du springst dann nicht mal ab und hast noch eine neue Chance nochmal zu springen. Und du bist sofort tot. Ja, du stirbst sofort. Ja, und er kann sich nicht erholen. So, boah. Ach, ja. Ah, der Horror-Stream wird heute etwas ruhiger. Lauf mit, mein Kind. Lauf mit. Mann, bleib doch nicht stehen. Was ist das für eine Kack? Mann, ey. Dann ist wieder so ein Splitter. Und wenn du dort drankommst, bleibst du hängen. Ich, ich geil gemacht. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Aha, aha. So, wo ist dieser Drecks? Bläh. Hier, da ist er. Hoch, hoch, hoch. Oh. Halt dich fest. Oh, okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ja, kriegst du natürlich wieder. Schaden. Ja, jetzt habe ich noch zwei Schaden. Oh, wieso springst du dort nicht? Mann, ich drück doch. Gammte Scheiße. Hey, hey. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Wieder nur zwei Leben. Ja, mit zwei Leben schaffst du es nicht. Komm schon, komm schon. Du kannst es schaffen. Ich wollte gerade springen. Und dann bin ich wieder voll mit Pudding, ey. Ey, hallo? Geht's noch? Ist das übertrieben. Du wagst das schon? Ja. Glaub dann, Fischer. Danke dir. Sobald du dann heißer bist vor lauter Fluchen. Ja, werde ich dann wahrscheinlich sein. Juhu, es lädt jetzt besser. Okay, gut gemacht. Ja gut, wir machen fünf Minuten Schluss. Scheiße. Erhol dich doch mal, mein armes Kind. Bleib doch mal kleben. Mann! 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 Oh! Immer diese Ecke! Ja, sobald ich in die Nähe der Ecke komme, kann ich nichts machen. Warte mal, ich muss noch ein bisschen aufladen. Das ist doch Bullshit sowas. Oh, Ori, mach doch mal hoch. Was ist denn das? Ja, ja. Mach! Okay, andere Methodik. Coole Sachen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Kannst... Du kannst... Der schafft es nicht. Der kann das nicht. Ich babbel jetzt hier. Ach Gott. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Mist? Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Bleib dran, Mann. Oh, die Entwickler. Ich könnte jedes Mal... Sind gar keine Entwickler mehr da. Oh, immer dieselbe Stelle. Ich komm nicht über die Stelle hinaus. Oh Gott. Ja, das war jetzt falsch. Die andere gute Nachricht hast du ja gar nicht da oben gelesen. Moment. Ja, das war das, wo das nicht nachgeladen hat. Dann kam plötzlich nur Bekommen. Jetzt hat es sogar noch zurückgeladen. Das ist ja interessant. Ja, das meinst du ja, ne? Aber ich habe diesmal, nachdem das Handy wieder an war, sofort eine Benachrichtigung bekommen. Dass du live bist. Yeah. Ja, da macht doch das Bekommen wieder Sinn, ja? Mhm. Weil du... ...geschrieben hast. Ja, jetzt habe ich es aber gelesen. Hm. Ja, schön. Freut mich, dass es ging. Dieser Mist. Moin. Bin aber gleich... ...mal eine MDE spazieren. Vielleicht noch einen Kakao, ja? Oder so holen. Ja, mach das. Auf jeden Fall irgendwie abschalten. Bin gerade so ziemlich am Arsch. Ja, entspann dich dann in der Abendrunde, wenn du Zeit und Lust hast. Ja, schau immer rein. Das ist sozusagen deine Pflicht. Damit reinzuschauen. Das ist ja für dich. Ja, also... ...ein Danke-Stream-Projekt. Ja, mach das, ne? Ähm. So hört sich gar nicht gut an, ja? Bleib mir ja gesund. Komm schon. Oh, du verdammte Nuss. Er wird getroffen, ist gelähmt und wartet nur auf seinen Kopf. Das ist cool. Mann, Entwickler, könnt ihr mal wieder hinzulegen? Ja, das ist übertrieben, äh, heftig. Meine Güte, ey. Halleluja. Ja, komm. Geh kaputt. Oh, was stand da eingeblendet? Oh, das war zu schnell. Ich konnte nicht lesen. Ja, ja, das ist jetzt nicht synchron hier irgendwie. Das ist... Oh, es ist so schlimm. Mann, geh mir nicht aufs... Das ist ein richtiger Dreck. Das ist wieder eine richtige Dreckswunde. Oh, der ist so langsam. Oh, du wirst getroffen und du fällst und bist sofort tot. Nichts kannst du tun. Ja, ja, schön in die Lesereien. Schön rein! Verdammter Mist. Okay, der Chat ist irgendwie total kaputt. Ich glaube, gar nichts mehr auf die Kette. Ne, gut, es ist nur ein solches Mal. Ich mache es los. Furchtbar. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt zur Vorabendrunde. Wir sehen uns dann später mit dem Horror wieder. Es wird hoffentlich anders erschreckend als hier dieser Mist. Aber es ist ein gutes Spiel, dieser Mist. Ja, war wieder schön mit euch. Wir sehen uns dann im besten Fall natürlich später nochmal. Und ich hoffe, dass es dann mit dem Chat wieder ein bisschen unterläuft. Denn... Wieder Verbindung, Verbindung. Macht's mal gut. Schönes Abend, Bröt. Wir sehen uns später wieder live mit dem Schocker des Abends. Dankeschön von euch. Bis dahin. Und... Ciao! Ciao! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020